Die Brände rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine sind weiter außer Kontrolle. Sie waren am Samstag vor einer Woche ausgebrochen. Der Rauch zog bis in das 100 km entfernte Kiew. Mehr als 300 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer innerhalb des Sperrgebiets. Umweltschützer befürchten, dass Radioaktivität freigesetzt wird. Nach Behördenangaben sind die Grenzwerte für radioaktive Strahlung in den angrenzenden, besiedelten Gebieten nicht überschritten worden. Die Konferenz der Grenzwerte der Grenzwerte Ausweichen Untertitelung des ZDF, 2020